so leute es geht weiter torte france boothausen 17 pro team und ja wie ihr sieht zählt nach 17 etappen regiport weiter souverän von fünfter fugelsang sechster bar d ja und jetzt kommt die entscheidende etappe zum iso war oder ist dann nur noch das zeitfahren und aber in dem zeitfahren mit 21 kilometern wenn die zeitabstände zu gering sein um dass dort was passiert so dann fahren wir mal los jetzt gleich mal gucken wer da die geport sie ja also ich gut aus roma die sieht auch gut aus genauso wie fugelsang gut wünschen man da jetzt weg tim wellens jern thomas so Wir wollen es davon mitgehen. Für die Polkadot-Jerse, ist es dein Team-Mate, der bester Platz zwischen denen am Anfang der Runde der Runde. Die Ausreiter sind über 4 Minuten weg, das ist schon mal sehr gut. Mit Rowan Dennis und Andrew Talensky. So, naja, ich bin heute gespannt, wie es ausgeht bei der Vuelta, die ersten Berge. Ob die Favoriten gleich ernst machen, es wird hochinteressant. So, sieben Minuten schon. Ich glaube, ich lasse Christoph mal um die Sprintpunkte kämpfen. Oh, oh. Vorne ist er schon, der Sagan. Und Bohra macht Tempo für Sagan. Ja, er hat zwei Punkte aufgeholt. Ich hätte ja schon eher losspunnen sollen. Gut. Dann fangen wir mal weiter. Ach, Sagan, nicht so einen Scheiß machen. So. So, gleich erster Anstieg. Gruppe Unvalence, über sieben Minuten Vorsprung. So, Goldeva. Und? Wer schützt Korzong. So, macht der Sky nur noch richtig hartes Tempo oder nur so halb? Dass wieder niemand juckt. Ich meine ja noch, Sky muss angreifen, Froome oder so. Port ist ja da ganz, kann ja da ganz entspannt sein. Und einfach nur mitfahren. Und einfach nur mitfahren. So, Fugelsang Bardet vorne dabei, gut. Rechts ist Nibali. Zwift kriegt schon langsam Probleme. So. Beim Rest geht's noch. Wie sieht's bei Valence aus? Sieht auch noch gut aus. Ich weiß nicht, nicht einfach. Tschüss. Ja, Valen sieht noch hervorragend aus. Noch 5,5 Minuten, das ist ganz gut. Wenn sie noch über 4 Minuten am Fuß des letzten Anstiegs haben würden, könnten sie vielleicht durchkommen. Good Sky macht auch nicht so ein hohes Tempo. Keldermann. So, gegen die anderen jetzt auch mal hier noch blaues Gel. So. Die Gruppe ist noch groß, 50 Fahrer. Fünf Minuten zu Valens. Zwift ist zurückgefallen. So, Valens ist oben. Mit Talanski zusammen, dann Rowan Dennis. Oha la Philippe mit Problemen. Kurz vor der Bergwerdung. Jetzt wird hier das Tempo rausgenommen. WTF. Bravo. 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 Ich schaue gern als Erster, der Rüber vorne oder Toml jetzt von mir aus. Bravo. 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 so noch mal verpflegung und gleich geht es in den letzten anstieg was ich mit das ist eine scheiße wieder drin gut es wird es auch wieder drin ja jetzt sieht man sieben minuten 23 die ausreißer von könnten tatsächlich durchkommen so klärt kowski zieht jetzt hier das tempo an hier sind noch relativ flach ist da ist die stück kommt erst noch der lenz okay ist wieder vorne mit dabei so jetzt bin ich ja mal gespannt ob jemand hier angreifen wird ich gehe nicht von aus wenn dann müsste man fugen oder so angreifen so zehn kilometer noch bis zum ziel und fünf minuten die ausreise ja weil ins 50 ist 70 kommt haben wohl 70 so jetzt wird sie dann doch relativ schnell und das trifft es schon längst weg als nächstes wird jetzt wohl probleme bekommen magie das macht vogelsang er fährt einfach nur so mit okay ja 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 Ja, 37 Fahrer noch, noch greift keiner an, vorne würde ich jetzt mal Valens 80% fahren lassen, jetzt passiert was, Quintana. Oh, Vogelsang, da kriegt auch schon ein paar Problemchen. Ja, warte mal erst mal, entweder fährt Fum selber zu oder spannen dann Vogelsang vorne ein. Oh, Thomas ist weg. Okay, I'll consume the speed. Only five kilometers left for the race leaders. Okay, bei Fum muss ich tatsächlich mitgehen. Puh, Fum ist stark. So, wie sieht's hinten aus, Dumoulin, da ist ein paar D noch mit drin. So, und jetzt sind wir dran. Pinot dabei. So, ein paar D sind der Kuba um Dumoulin, okay, das sieht gut aus. Für Valens sieht's gut aus, zwei Minuten Vorsprung vor meiner Gruppe um Fum und sind noch ein bisschen mehr als drei Kilometer. Ah, boah, Pinot, jetzt hast du ihn wieder aufgehalten. Toll. Wird eigentlich keine Zeit auf Fum verlieren. Naja, der wird irgendwann einbrechen, ich fahre mal ein bisschen langsamer weiter. Ein paar Sekunden kann ich ja verlieren. So, warte mal gucken, wo Bad D und Vogelsang ist. Bad D mal ein bisschen Tempo machen. So, Valens, 40 Sekunden dort vorne ist er, könnte reichen, wird knapp. Oh, 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 Valens ist am Ende. Alle. Doch, Valens hat's geschafft. Und jetzt bin wir mit Vroom reingekommen. So, jetzt gucken wir nochmal auf Bad D. Können wir mal ein bisschen Tempo machen? So. Gut, an dem Ziel von meinen Fahrern, außer Christoph und Swift, aber gut, das ist klar. Und ja, jetzt kann man sagen, Torsieg eigentlich perfekt, weil wenn, dann habe ich jetzt noch ganz wenige Sekunden auf Chris Froome verloren. Das macht nicht so viel aus. So, erstmal alle Dekos durch. Aber das Schöne ist, ich habe wieder einen Etappensieg mit Tim Valens diesmal. So, speichern. Ja, gut. Vier mit Bonifikation habe ich jetzt sechs Sekunden auf Froome verloren. Passt schon, der war gut in Form. Nibali ist eine Minute dahinter mit Quintana, Pinot, Contador, Dumoulin und danach Badé und Fugelsang zusammen überwertete Lensky und Aru. Bagui, 24. Gesamtwertung. Froome, 2. Und Nibali, 3,49 und Nibali, jetzt schon knapp fünf Minuten dahinter. Dann Tom Dumoulin, 6,12, Vogelsang und Badé. Quintana, Aru, Pinot, Daniel Martin, Contador, Uran, Yates, 13., Thomas, 16., Valens, 18. Zugrauber-Plätze gut gemacht, sehr schön. Bergwertung, ja, die ist sicher. Sieger unter Bergwertung auf jeden Fall, Salminiets, grünes Trikot. Das könnte noch knapp werden. Weil Ritchie Port wird jetzt wohl keine Punkte mehr machen fürs grüne Trikot. Aber es sind noch zwei flache Etappen. Das heißt, Christoph muss sich dann gegen Saga ein bisschen anstrengen. Ja, weißes Trikot mit 18 Minuten Vorsprung. Ist dann auch sicher. Teamwertung mit 40 Minuten Vorsprung ist auch safe. Uh, hier haben wir jetzt sogar noch auf Platz zwei. Krass. Naja gut, das war wieder eine Folge Pro Team. Es fehlen jetzt noch drei Etappen. Die schaffe ich auf jeden Fall mit der nächsten Folge und wahrscheinlich auch schon in der nächsten Folge dabei die Zusammenstellung vom neuen Team. Aber mal schauen. Also, bis zur nächsten Folge Pro Team. Tschüss. Tschüss. Musik. Vielen Dank.